Hallo, meine Spiderlinge. Der nun folgende Kriminalfall ist für mich mit ganz persönlichen Emotionen und Erinnerungen verbunden und hat mich stark beeinflusst. Das liegt daran, dass ich und meine Familie Jahre zuvor in dem Haus, in dem sich die grausame Tat ereignete, wohnten. Um die Privatsphäre der neuen Eigentümer und zeitgleich auch meine eigene zu schützen, werde ich die Straße, in dem das Haus steht, nicht nennen. Außerdem werde ich, obwohl mir diese Informationen vorliegen, den Namen der Familie ebenfalls nicht preisgeben. Dieser wird sicher ganz bewusst in den Medien verschwiegen und ich möchte die Anonymität auch weiterhin bewahren. Der Ort Eutin Die Kreisstadt des Kreises Ostholstein liegt zwischen der Hansestadt Lübeck und der Landeshauptstadt Kiel und gehört somit zum Bundesland Schleswig-Holstein. Mit ca. 42 Quadratkilometern und etwa 16.948 Einwohnern ist die Stadt zwar eher überschaubar, hat aber dennoch einiges zu bieten. Es gibt viele kulturelle sowie historische Sehenswürdigkeiten wie das wunderschöne Schloss und der dazugehörige öffentliche große Schlossgarten, welche direkt am großen Eutiner See liegen, oder die Freilichtbühne. Die Landschaft ist durch diverse Seen und Wälder äußerst abwechslungsreich und die Ostsee ist in wenigen Minuten erreichbar. Vereinzelnd stehen noch alte, prunkvolle Villen in dem Ort, welche an eine längst vergangene Zeit erinnern. Meine persönliche Vorgeschichte in indirekter Verbindung Über meine Familie und mich möchte ich nicht allzu viele Informationen preisgeben, weshalb ich hierbei nun recht oberflächlich bleiben werde. Im Frühjahr des Jahres 1990 bauten meine Eltern in einem kleinen, ruhigen Teil des Ortes ein schönes, gemütliches Einfamilienhaus und wir zogen zum Ende desselben Jahres ein. Ich verbrachte die meiste Zeit meiner Kindheit in dem Ort, ging dort zur Schule, knüpfte Freundschaften und hatte eine wirklich schöne, glückliche Zeit. Es war nicht nur das Haus an sich, in dem ich als äußerst introvertierte Person viel Zeit verbrachte, auch die Gegend war für mich ein einzigartiger, großer, toller Spielplatz. Für mich war die Welt zu der Zeit einfach großartig. Dies änderte sich allerdings, als meine Eltern entschlossen, dass wir aus Platzmangel umziehen mussten. Leider hatten sie dabei nicht vor, in Eutin zu bleiben, sondern hatten einen neuen Bauplatz ein paar Orte weitergefunden. Damit änderte sich für mich alles. Ich ging nicht mehr auf dieselbe Schule und all meine Freundschaften hielten die Entfernung nicht stand. Dies waren wahrlich keine guten Voraussetzungen, doch ich schweife ab. Vorgeschichte Folgende Informationen wurden mittels Gedächtnisprotokoll rekonstruiert. Da all dies schon eine längere Zeit zurückliegt, können einige Informationen unvollständig sein. Meine Eltern inserierten das Einfamilienhaus und es gab schnell viele Interessenten. Schließlich verkauften wir im Jahr 2001 das Haus an ein äußerst nettes älteres Ehepaar. Sie wohnten vorher in Niedersachsen und wollten nun unbedingt, vor allem aus gesundheitlichen Gründen, näher an die Ostsee ziehen. Hier oben weht immer eine frische Brise und die Luft ist, durch die hohe Zirkulation, Pollen- und Abgasarm. Es strömt permanent frische Luft von dem Meer nach, was sich bewiesenermaßen positiv auf die Gesundheit ausübt. Unser Haus, in dem ruhigen Teil von Eutin, nur ca. 18 Minuten von der Ostsee entfernt, mit einem großen Garten, kleinen Teich und großem Wintergarten, war da genau das Richtige. Bei einem oberflächlichen Gespräch zwischen dem Ehepaar und meinen Eltern gab das Ehepaar an, dass sie insgesamt drei Kinder hatten. Zwei der Kinder waren äußerst erfolgreich und lebten weiter weg, und ein Sohn machte ab und zu Schwierigkeiten. Darauf gingen diese, verständlicherweise, jedoch nicht genauer ein. Folgende Informationen sind erweiternd dazu in den verschiedenen Medien zu finden. Der erwähnte Sohn schien auf die falsche Bahn geraten zu sein und die Eltern hatten ihn schon öfters, mittels Geldes oder entsprechenden Hilfsangeboten, versucht dort herauszuholen. Doch das schien ein Ding der Unmöglichkeit. Die Sucht nach Alkohol sowie Glücksspielen sorgte dafür, dass er oftmals seinen Job und Wohnung verlor. Sein Gemütszustand litt natürlich auch unter dem Alkoholmissbrauch sowie unter der dauerhaft schlechten Lebenssituation. Irgendwann schließlich konnten oder wollten die Eltern ihn dann kein Geld mehr leihen. Der Vater schien in dieser Angelegenheit, wie es oftmals der Fall ist, etwas strenger zu agieren, während die Mutter eher einfühlsamer war. Während die Eltern also im Jahr 2001 in das Haus in Eutin zogen, war ihr Sohn mittellos und später dann in Köln auch obdachlos. Im September des Jahres 2009 bat er seine Eltern erneut um Hilfe und er zog daraufhin ebenfalls in das derzeitige Haus seiner Eltern in Eutin. Die Eltern versuchten erneut, ihren Sohn gut zuzureden und verlangten, dass er sich Hilfe suchen und sich auch weiterhin um einen Job bemühen solle. Der Sohn sah daraufhin offensichtlich nur einen Weg aus seiner Miserie. Tathergang Dienstag, der 24. November 2009, Eutin Früh am Morgen, es war noch dunkel, lag das Ehepaar friedlich im Bett und schlief. Die Ehepartner schliefen getrennt und jeder nächtigte demnach in seinem eigenen Schlafzimmer im ersten Stockwerk. Keiner von beiden bekam etwas von den Geräuschen mit, die sich zu dieser ungewöhnlichen Zeit nur ein Stockwerk tiefer abspielten. Ihr Sohn hegte bereits seit einiger Zeit eine tiefe Abneigung gegen seine Eltern und wollte in dieser Nacht all dem ein Ende bereiten. In der Küche nahm der Sohn drei scharfe Küchenmesser an sich und durchtrennte vorsorglich alle Telefonkabel in dem Haus. Anschließend schlich er in das Schlafzimmer seines Vaters und stellte sich vor dessen Bett. Er zögerte nicht lange und legte das Messer an den Hals seines 69 Jahre alten Vaters. Dieser wachte davon auf und versuchte sich nach Leibeskräften zu wehren. Während des Kampfes soll der Vater noch geschrien haben, Zitat, Was soll das? Wir haben dir doch nichts getan. Und der Täter antwortete, ihr wolltet mich in eine geschlossene Anstalt bringen. Zitat Ende. Doch der Sohn konnte seinen überraschten und in dieser Situation wehrlosen Vater abwehren und schnitt zunächst, mit dem Messer, die Kehle seines Vaters auf und stach anschließend noch einige Male auf ihn ein. Von den lauten Kampfgeräuschen und Schreien geweckt, war nun auch die Mutter aufgewacht und eilte in das Schlafzimmer ihres Mannes. Eigentlich, so behauptete der Täter später, wollte er seine Mutter gar nicht umbringen, doch als diese in das Zimmer kam und schrie, sah er keine andere Möglichkeit mehr. Der Sohn stach daraufhin auch auf seine Mutter ein und versuchte auch ihr, die Kehle durchzuschneiden. Als seine Mutter blutüberströmt am Boden lag, floh er schließlich vom Tatort. Was der Täter zu dieser Zeit nicht wusste war, dass die Frau unheimliches Glück hatte und die Messerattacke schwer verletzt überlebte. Zudem hatte er vergessen, das Fax mit integriertem Telefon im Arbeitszimmer zu zerstören. Es dauerte eine Weile, bis die schwer verletzte Frau dies schließlich herausfand, das Faxgerät im Erdgeschoss erreichte, auch dies testete und erfolgreich einen Notruf absetzen konnte. Sie verlor während dieser Zeit viel Blut. Kurze Zeit später kam sie schwer verletzt ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Für ihren Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Tatort, unmittelbar nach der Tat. Nach einigen Tagen war die Frau dann glücklicherweise außer Lebensgefahr. Festnahme und Urteil Der Sohn war unmittelbar nach der Tat in ein nahes Waldstück geflohen und beging dort einen Suizidversuch. Dieser Versuch schlug allerdings aufgrund eines viel zu stumpfen Messers fehl und er wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde er dann einen Tag später am Mittwoch von der Polizei festgenommen. Bereits in Gewahrsam gestand er, dass er seinen Vater getötet hatte. Am 7. Mai 2010, einen Freitag, startete schließlich der Prozess gegen den mittlerweile 48-jährigen Täter im Lübecker Landgericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Mord und versuchten Mord vor. Und dennoch erhob die Staatsanwaltschaft keine Anklage gegen ihn und forderte somit auch keine Gefängnisstrafe, sondern sie legten eine Antragsschrift auf Sicherungsverwahrung vor. Es wurde demnach die Unterbringung in einer entsprechenden Einrichtung gefordert. Grund dafür war, dass der geistige Zustand des Täters zur Tatzeit sowie davor und auch darüber hinaus anscheinend nicht stabil war. Auch im Gerichtssaal, den er nur mit Handfesseln betreten durfte, machte er weiterhin einen verwirrten Eindruck. Dies äußerte sich vor allem anhand einer nervösen Körpersprache sowie das Ausweichen von Fragen und die unzähligen ausschweifenden Erläuterungen. Ein entsprechendes psychisches Gutachten wurde jedoch, so viel ich in Erfahrung bringen konnte, nicht erstellt. Der Täter gab vor Gericht den Mord und versuchten Mord an seinen Eltern zwar zu, doch er gab dafür auch ganz klar weiterhin ihnen die Schuld. Schließlich war der Vater immer viel zu hart zu ihm gewesen und die Mutter viel zu weich. Außerdem erwähnte er, dass auch sein erfolgloses Leben eine gewisse Rolle gespielt habe. Vor Gericht äußerte er dazu, Zitat, Der Täter sagte außerdem vor Gericht aus, dass er von seinen Eltern erneut im Zusammenhang mit seiner derzeitigen beruflichen und gesundheitlichen Situation unter Druck gesetzt wurde. Daraufhin habe der Sohn Angst gehabt, dass sie ihn in eine psychische Einrichtung steckten. Das wollte er um jeden Preis verhindern. Er gab außerdem zu, dass er bereits zwei bis drei Tage vor der Tat täglich nachts vor dem Schlafzimmer seines Vaters gestanden hatte und die Tat somit schon früher ausführen wollte. Ihm habe dann jedoch immer wieder der Mut verlassen. Seine Mutter, so der Beschuldigte weiter, wollte er eigentlich nicht umbringen, aber als sie so laut schrie, wollte er auch ihr die Kehle durchschneiden. Der Prozess wurde nach einiger Zeit, da man wahrscheinlich keine Einigung erzielte oder Gutachten fehlten, schließlich unterbrochen und sollte einige Tage später, am 11. Mai, fortgesetzt werden. Hierzu gibt es allerdings keine weitere öffentliche Berichterstattung mehr. Ich spekuliere, dass er schlussendlich lebenslang in einer entsprechenden Einrichtung eingewiesen wurde. Der Ehemann wurde auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt und die Witwe wohnte auch weiterhin zumindest einige Jahre in dem Haus. Später zog sie dann allerdings doch wieder in ein anderes Bundesland. Von Zeit zu Zeit besucht sie ihren Ehemann. Meine persönlichen Gedanken zu dem Vorfall Eine schreckliche Tat. Nach all der Zeit haben die Eltern ihren Sohn dennoch auch weiterhin unterstützt und dies war sein Dank. Man muss hierbei allerdings auch beachten, dass er wahrscheinlich wirklich psychisch verwirrt war. Diese Menschen können dann keinen klaren Gedanken mehr fassen, bilden sich Dinge ein und sehen in allem und jedem den Feind. Das ist jedoch kein Normalzustand. Natürlich veranlassen einen gewisse Gefühle manchmal zu Streitereien oder negativen Aussagen, die man dann im Nachhinein vielleicht nicht so gemeint hat. Doch nur psychisch Kranke oder boshafte Menschen denken dann gleich an einen Mord und setzen diesen dann auch noch in die Tat um. Dies ist lediglich eine oberflächliche Erläuterung zu dem Thema. Jeden Tag passieren etliche Gewalttaten auf der Welt und diese lassen einen nicht kalt. Doch das Gefühl ist anders, wenn eine Tat in der unmittelbaren Wohngegend passiert ist. Ob nun direkt bei den Nachbarn, eine Straße weiter oder auch eine Stadt weiter. Eventuell kannte man die Familie, den Täter oder das Opfer vom Sehen oder hat sogar regelmäßig mit diesen gesprochen. Das Gefühl ist unwirklich, noch unverständlicher. Gleichzeitig erscheint die Tat äußerst nah. Man macht sich entsprechende Gedanken und verknüpft dies mit seinem eigenen Leben. Doch das Gefühl ist dann noch einmal stärker, so empfinde ich es zumindest, wenn man vorher in demselben Haus gewohnt hat. Das Haus, was auf der Titelseite prangt, die Zimmer, von denen die Rede sind. Mein ehemaliges Zimmer. Das ehemalige Zimmer meiner Eltern. Ich weiß, wo sich alles befand. Ich weiß, an welchen Wänden sich das Blut befand und wo es den Boden befleckt hat. Ich weiß, welche Treppe die Frau schwer verletzt hinuntergegangen ist, wo das Fax stand. Ich weiß, vor welcher Tür der Täter gestanden hat und wo die Küche ist, aus denen er die Messer entwendet hat. Dementsprechend ist die Tat in meinem Kopf viel präsenter und ich kann mir die Tat bildlich sehr realistisch vorstellen. Doch nicht nur das. Es wirkt auf mich bis heute vollkommen unwirklich, da ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass an einem eigentlich so schönen Ort so etwas Grausames passieren kann. Den wenigen vertrauten Personen, denen ich in meinem nahen Umfeld davon berichtete, waren verständlicherweise schockiert und fragten mich schlussendlich immer dasselbe. Würdest du nun nach dieser Tat wieder zurück in das Haus ziehen wollen? Deren Aussage dazu war immer, dass sie dies ganz sicher nicht könnten. Zu schockierend und präsent wären die Ereignisse. Doch auch ich antworte immer dasselbe. Ich könnte und würde gerne wieder in diesem Haus leben. Auch wenn ich mir die Tat sehr gut vorstellen kann, so war ich schlussendlich nicht dabei. Auch wenn ich mit den Hinterbliebenen mitfühle und die Frau oberflächlich kennengelernt habe, kannte ich sie doch nicht richtig. Doch ich erinnere mich und fühle nach wie vor die glücklichen Zeiten, die ich in diesem Haus verbrachte. Mein Großvater entwarf und baute das Haus mit. Er ist mittlerweile verstorben. Die schönen Erinnerungen überwiegen bei mir und es mag grausam erscheinen, dass dort, wo einst ein Mensch starb, ein anderer mal glücklich war. Und derzeit vielleicht wieder welche glücklich sind. Dadurch wird einem auch klar, dass die Zeit selbst nach so einer grausamen Tat nicht stehen bleibt, wie man es eigentlich vermutet und sich manchmal auch wünscht. Diese Tat ist mit einer der Gründe, weshalb ich mich heute so sehr für das Thema interessiere. Mir wurde dadurch klar, dass ich jederzeit und überall in der unmittelbaren Nähe eine so grauenhafte Tat ereignen kann. Dass einst ein harmonischer Ort durch so eine grausame Tat ganz schnell und langanhaltend von dieser überschattet wird. Am Ende wäre meine Frage an euch. Könntet ihr in ein Haus, dabei müsst ihr da nicht einmal drin aufgewachsen sein, in dem später ein grausamer Mord passiert ist, wohnen? Damit möchte ich den Bericht gerne schließen und möchte mein Mitgefühl und Respekt den Angehörigen aussprechen. Haltet die Augen offen. Bis dahin, eure Miss Tarantula.